So, ihr Lieben, willkommen bei einer weiteren Folge Deadpool. Soweit ich weiß, neigt sich das Spiel relativ zum Ende. Und wahrscheinlich werde ich jetzt nur noch kämpfen, 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 kämpfen. Ich freue mich schon drauf. Jihah! Und diese drei Gesichter, die kenne ich doch. Wieso nochmal? Wieso muss ich denn wieder gegen diese Spackos kämpfen? Ey, fick dich einfach. Fick dich! Ja! Ey. Wie soll das denn gehen? Ernsthaft? Alter, nein! Ich hab, ich hab doch keine Chance. Ey, ich sterbe gleich. Mach doch mal was. Nein! Ich bin tot. Ey. Das kippt's doch nicht. Das ist viel zu schwer. Ich weiß nicht. Ich jammer jetzt nur rum, aber es ist übertrieben schwer, Mann. Weißt du, wenn ich eine wenigstens schon mal tot wäre und am liebsten würde ich eigentlich diese Fotze da oben töten, diese Vertigo. Ey, ich hab keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Wirklich. Ey, die eine ist gleich tot. Ey, die eine ist gleich tot. Ich muss das machen. Nein, verpiss dich! Komm, die ist doch tot. Die ist doch gleich tot. Piu! Dann stirbt doch. Nein! Ich bin auch gleich tot. Nein! Beweg dich doch! Nein, das kann nicht sein. Entschuldigung, ich bin echt nur am rumschreien. Mach mal weiter. Ey. Ey, deine Mutter. Komm, ich sag's doch. Die ist einfach. Die ist echt einfach. Beweg dich doch mal! Was hat die für eine ekelhafte Stimme? Da krieg ich echt den Drang, die eine reinzuhauen. Ey, ich hab keine Chance. Ich hab einfach keine Chance. Das ist übertrieben schwer. Ey, das kann nicht sein. Schon wieder. Das ist so übertrieben. Leute, ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Blockbuster? Hey, hey, didn't we kill those guys? Must be more clones. I'm Wade Wilson. And I, uh... Whatever. These clones are gonna get pwned. At least the new Blockbuster smells better though. Oh, Mann! Ey, die ist tot. Die ist gleich tot, die Hure. Die ist tot. Ohne Scheiß. Fotze tot. So, wie bringe ich den denn jetzt um? Das war ja irgendwas mit B. Wer ist das denn jetzt? Die liegt noch. Das ist jemand anderes. Weg, weg, Mädel, weg. Ey, wie soll... Wer ist das denn bitte jetzt? Ich bin nicht... Ich bin nicht... Das ist krank, übertrieben, asozial. Ey! Oh, ey! Is that supposed to connect? Get back! Miss me! Special delivery! I got something for you! This is the part where I kick your ass! Hey, you know what, it makes this better? I have no Muni more. It can't be seen. I need Munition. Ich seh die gerade nicht. Wo ist der? Okay, der eine ist tot. Der ist auch gleich tot, oder? Ich stirb doch! Endlich! Ey, es tut mir echt leid. Ich rede nicht so viel, aber ich komme gerade nicht wirklich vor. Jetzt muss ich mich noch um die Fotze da oben kümmern. Das war's? Was? 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 Oh, komm schon, Leute! Nein! Und welcher Sinn ist das jetzt der echte? Oh, leck mich bitte! Scheiße! Alter! Wie soll das denn jetzt gehen? Ey, das zieht doch kaum was ab, Mann! Ey, der eine ist fast tot. Wie schön wäre es, wenn es sogar der Richtige wäre. Yay! Ey, komm schon! Ey, was liegt denn so schwul? Ist der tot? Ich glaube, der ist echt tot. Und jetzt? Ah ja, da sind weitere. Kann ich denn irgendwas machen hier? Hä? Spielerverbesserung. Ich habe doch so viel Geld. Was wollte ich denn ursprünglich? Bla, bla, bla! Ich brauche irgendwas, was mich mehr schützt. Hm, keine Kohle! Ey, das ist so schrecklich. Ey, das ist so schrecklich. Also, es ist auch ein bisschen übertrieben, muss ich zugeben. Ey, lol! Übertreib doch, Alter! Ja, nee! Jetzt haben die auch noch so einen scheiß Schutz, oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und keine Munne. Munne. Oh, joy! Bullets! Du musst den Stippen da töten. Nein, 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 nein! Ich brauche den killen, Mann! Einfach nur den! Ey, das gibt's doch nicht! Und wo kriege ich bitte nochmal Munition? Hä? Wo habe ich denn Munition jetzt herbekommen? Komm schon! Nein, ich muss hier weg! Ich muss weg! Aber ich könnte ja... Nee, ich muss weg! Ja, ja! Neue Hilfe! Das ist auch verfügbar! Je-ha! Yes! Ey, hier sind so viele Punkte! Ich würde die so gerne aufsammeln! Ich krieg's nicht hin! Ey, laber doch nicht! Oh Gott! Da stand doch gerade irgendwie neue Verbesserungen verfügbar! Für Wappdem! Ah, für diese geile Waffe! Für die Waffe! Äh... Bin dabei! Das war's mir ja nicht! Oh, das nervt Leute! Nein! Ich muss hier weg! Ich muss hier einfach mal weg! Alter! Wie viele sind das denn? Stopp! 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 Hier hin! Wie werfe ich das denn nochmal? Ich hab das, ne? Ja! Oh, alter Leute! Ich muss eigentlich nur den da hinten mal killen! Übertreib doch! Ich krieg das nicht hin! Das ist mir viel zu viel! Das ist einfach übertrieben, Leute! Ich krieg das Schmerzen! Ich krieg das nicht hin! Ich krieg das nicht hin! Ich krieg das nicht hin! Das ist ja auch so ein bisschen krass! Oh, Leute! Mein Gott! Übertreib doch nicht! Stopp! Da hab ich doch noch was. Oh, das hat auch... Ey, Mann! Ey, das Gute ist, dass man immer wieder Munition bekommt. Wenigstens eine gute Sache. Ja, wow. Oh, Leute, ey, das nervt mich. Das nervt mich extremst gerade. Oh nein, verpiss dich doch einfach! Meine Fresse! Ich weiß, du siehst gerade dumm aus, weil ich eigentlich nur am Wegrennen bin. Es geht nicht anders. Es geht definitiv nicht anders. Nein, nein! Jetzt bin ich tot. Beweg dich doch mal weg, mein Junge! Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das kotzt mich hier an! Das ist übertrieben. Das ist so unlogisch und übertrieben. Komm! Ja, ne. Ist klar. Ey, komm. Einer wegen des mal tot, wer- Ist der eine jetzt tot, ja. Wenigstens. Wow. Danke. Jetzt kämpfe ich noch gegen 13, ist das. Ich häng fest. Ich häng dir da irgendwo fest. Ich häng da einfach mal fest. Punkte. Kann man immer mal gebrauchen. Hiss dich doch, alter Pfarrer. Ich bin gespannt, was jetzt noch was ist. Es kann ja nicht das Ende gewesen sein. Es ist bestimmt noch... Kommt schon, ey. Wie geil wäre es, wenn es das... Okay, Wolverine. Oh, der ist gut. Oh, jetzt kommt natürlich der echte. Oh! 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 Ja, wenn du mal die Fresse halten würdest. Das ist was so sexy, wie er seinen Arsch gekratzt hat. Okay, dann drücke ich jetzt. Du bist so ein Spost, ey. Das ist so geil. Oh mein Gott, das ist so lustig. Okay. Kommt noch was? Oh mein Gott. Okay, ich warte noch eine Sekunde. Eins. Ey, ich hab's nicht gedrückt. Oh, wie asozial. Ich hab's nicht gedrückt. Ernsthaft, das war's? Ich hab aber nicht auf den Knopf gedrückt. Oh, das war's. Deadpool. Deadpool. Hey, you did it, buddy. Look, I know we've had our differences, but look, I'll admit it. The game rocks. You rock, pal. Pal? And I hate to admit this, but we're actually not that much over budget. Haha, I didn't want to tell you that before, but now that the game's over and you know. Hey, Peter. Yeah, ähm, get your checkbook ready. No, you're going to our budget, dammit. You gotta stop. Ja, ähm, ich glaub, schon fertig. Und ich weiß nicht, ob wir den mal diesen Abspann sehen. Keine Ahnung, ich denke eher nicht. Trotzdem bleib ich doch noch dran. Vielleicht passiert ja noch irgendwas Cooles. Ich weiß es nämlich nicht. This is my jam. Ah, naja, dann sage ich mal. We all that can't be, that is what they told me. Made me all I can be, how they try to mold me. Fix a little bit of the best of the rest. Fight off weapon X, well we'll see who's next. Deadpool. Can't expect a miracle, bet on the devil. I'm your best friend if you keep my money level. Devil without a gun, I don't have to say shit out. Survival plans, are plans I ever think about. That's right, biatch. Keep those guns clean. Yeah, clean as a whistle. Oh, oh, oh. I'm a Deadpool in the crib. A crib? It means domicile. I don't know what that means. A crib. Yeah, a crib. Like, where we live. Alter, kannst du mal die Klappe halten? What the punk has happened? Who wrote this song? We can save this shit. It's clear, okay. Geil, ich lasse das jetzt einfach mal weiterlaufen. Irgendwie ist das cool. Bitte. Ich glaube, es ist fertig. Ja, es ist fertig. Ich bin so dankbar. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mir hat es eigentlich Spaß gemacht, auch wenn es extrem anstrengend war teilweise und ich eigentlich wirklich den Drang hatte, den Typen umzubringen. Aber man kann ihn ja nicht töten. Naja, also mir hat es Spaß gemacht. Das Let's Play ist jetzt vorbei. Und ich bin eigentlich auch froh darüber. Also dann, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei unseren anderen Let's Plays. Ja, eine nächste Folge gibt es hier ja nicht. Dann sehen wir uns wahrscheinlich bei einem anderen Let's Play wieder. Also Leute, macht's gut und bis dahin. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.